Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind hier mit dem nächsten Video zur Draft-Analyse 2020. Letztes Mal hatten wir die AFC East, heißt, heute sind wir am Start mit der NFC East. Ich habe gerade überlegt, weil ich mich versprochen habe. Uns fehlt nur noch, jetzt muss ich genau überlegen, meines Wissens die AFC und die NFC South. Also nur noch der Süden müsste uns fehlen. Dann heißt nächstes Mal AFC South, die Division mit den Colts, den Texans, den Titans und den Jaguars. Und dann danach im letzten Video, aus der Reihe zumindest erstmal, die NFC South, heißt die Division mit den Falcons, den Saints, den Panthers und den Buccaneers. Auch sehr, sehr interessante Division. Heute, wie gesagt, erstmal der Osten dran. Erstmal, wenn ihr neu seid, dann zieht auf jeden Fall in Betracht zu abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Zweitens sehe ich die vielen netten Kommentare zur Kameraqualität. Ich glaube, das, was es so cool aussehen lässt, zumindest was ich cool finde, ist die Tiefenunschärfe. Das heißt, dass alles, was hier hinten ist jetzt zum Beispiel und hier vorne, was im Bild ist, dass es unscharf ist und ich bin in der Mitte scharf. Und das liebe ich auch. Deswegen habe ich mich auch für die Kamera entschieden. Finde ich super. Also geil, dass es euch erstens auffällt und zweitens gefällt. Okay, wir fangen an mit den Eagles. Farbe im Hintergrund ist maximal dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie es rüberkommt, aber ich nehme jetzt einfach immer den originalen Farbcode aus dem Logo, wenn es über die Kamera mit dem Licht nicht gut rüberkommt. Shit happens. Ich muss auch überlegen, ob wenn ich dann ausziehe, wo ich das Licht hinpacke. Vielleicht ist es dann nicht mehr in den Videos oder erstmal nicht mehr in den Videos und dann kommt vielleicht später das Licht wieder. Wer weiß. Auf jeden Fall ist das die Eagles-Farbe. Wir gucken uns den Draft der Eagles an. Wir haben Jalen Rager, dann den nächsten Jalen direkt dahinter, Jalen Hurts, Davian Taylor, Kayvon Wallace, Jack Driscoll, John Hightower, Sean Bradley, Quaz Watkins, Prince Tiger Wanogo und Casey Tuhill. Interessante Draft-Class von den Eagles. Natürlich eigentlich die großen Gesprächsthemen sind Pick 1 und Pick 2. Werden wir auch interessanterweise darauf zu sprechen kommen noch. Ansonsten, Kayvon Wallace, bin ich gespannt drauf, was wir mit dem machen. Safety aus Clemson. John Hightower war einer von meinen Late-Round-Draft-Crushes als Wide-Receiver aus Boise State. Extremer 50-50-Specialist. Und gut, dass sie mit ihm und Quaz Watkins dann nach der ersten Runde noch zweimal auf Wide-Receiver gegangen sind. Und so wie die Wide-Receiver letztes Jahr dort gespielt haben und gerade wenn vielleicht auch noch die ein oder andere Verletzung dazukommt, kann ich mir schon vorstellen, dass alle drei im aktiven Roster landen. Zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt in der Saison. Und auch alle drei wirklich Snaps sehen auf dem Feld. Ansonsten würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht allzu lange Zeit und kommen direkt zu dem Pick, den ich am liebsten gesehen habe in der Draft-Class. Und das ist Jalen Rager in der ersten Runde. Wide-Receiver. Die Karriere von Jalen Rager wird vermutlich immer gemessen werden daran, was Justin Jefferson macht bei den Vikings, weil der genau hinter ihm gegangen ist. Und dann kurz vor ihm ist natürlich, wie heißt das, CeeDee Lamb gegangen zu den Cowboys. Das heißt, mit den beiden wird er verglichen werden, auch wenn es nicht ganz fair ist, weil man natürlich in eine andere Rolle kommt. So Jalen Rager kann sein, dass er direkt Nummer 1 Receiver sein soll, denke ich eher nicht. Ich nehme an, alle drei Receiver werden direkt Nummer 2 Receiver sein, was ganz interessant ist. Aber natürlich andere Systeme, andere Quarterback, andere Line, andere Kultur, was auch immer. Und auch andere Skills, die sie zum Tisch bringen. Ich glaube wirklich, dass aus den drei Receiver, die ich genannt habe, Jefferson, Rager und dann CeeDee Lamb, dass Rager da eventuell der Beste ist für die Eagles. Und ich bin mir sicher, dass manche von euch jetzt schon in die Kommentare schreiben sind, von wegen, ah, aber die Eagles wollten hochtraden für CeeDee Lamb. Das sind alles Gerüchte immer sowas. Solange nicht der Eagles-GM kommt und mir sagt, wir wollten hochtraden für CeeDee Lamb und haben es nicht geschafft, so lange bin ich mir da nicht sicher. Es kann durchaus so sein. Es kann wahrscheinlich sein, beziehungsweise es ist wahrscheinlich, es kann so sein, aber es muss nicht sein. Es sind Gerüchte und deswegen passt immer auf damit, Sachen zu glauben, die ihr von irgendwem als Fakt dargestellt kriegt. Denn meistens ist es irgendjemand, der einfach irgendwas mit Aufmerksamkeit am Hut haben möchte. Also, wie gesagt, mit Jain Rager kann man da sehr, sehr zufrieden sein. Ist der schnellste von den dreien, vermutlich der elektrischste Playmaker von den dreien. Allerdings bin ich auch höher auf Jain Rager als die meisten und niedriger auf CeeDee Lamb als die meisten. Deswegen bildet euch da eure eigene Meinung. Auf jeden Fall war das mein Lieblings-Pick aus der Draft-Class. Der Pick, den ich am wenigsten mag, ist tatsächlich Jain Hurts in der zweiten Runde. Ich glaube, die überspielen es gerade ein bisschen, was diese ganze, oh, wir sind eine Quarterback-Factory-Sache angeht. Ich habe schon manche gesehen, die gesagt haben, er ist der neue Taysom Hill, beziehungsweise er ist jetzt für die Eagles das, was Taysom Hill für die Saints ist, was ein bisschen unfair ist, weil er vermutlich von der Athletik her ansatzweise mithalten kann, aber ein deutlich, 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 deutlich besserer Quarterback ist. So, du wirst ihn nicht in Punt-Blocks drin haben und so weiter. Du wirst nicht wirklich die Gimmick-Plays mit ihm machen. Peterson ist, der Head-Coach, ist kreativ genug, um ihn einzusetzen in der Offense, aber ich weiß nicht genau, wofür. Wollen sie ihn weithin stellen? Wollen sie ihn einfach zusammen mit Wentz im Backfield haben? Ist er wirklich nur als Backup eingeplant für den Fall, dass Wentz sich verletzt? Was ja, wenn man bisher guckt, nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Also, ich weiß wirklich nicht genau, wie das geplant ist. Und es passiert ein bisschen das Gleiche, was ich bei den Packers gesagt hatte, dass die Fans jetzt langsam anfangen, sich das Ganze gut zu reden und Gründe zu finden, warum das cool sein kann. Was ich auch irgendwo verstehen kann, aber man kann sich immer fragen, wer war da zu der Zeit noch auf dem Board? Wen hätte ich lieber gehabt? Und wer hätte einen dickeren Einfluss gehabt, ne? Und ich glaube, die Eagles müssen sehr, sehr, sehr hart kämpfen um die Division dieses Jahr, um die wiederzugewinnen. Das wird sehr, sehr kritisch. Und ich sehe nicht, wie Jan Hurts ihnen da wirklich deutlich bei helfen kann. Jetzt habe ich meine Note vergessen. Insgesamt kriegen die Eagles von mir eine 3+. So, ich habe gedacht, bevor ich mich mit dem Cowboys blau rumschlage, machen wir einfach weiß, dass das Einfachste alle Werte auf 2,55 und gut ist. Wir gucken rein. Seedy Lamb in der ersten Runde, Trayvon Diggs in der zweiten, in der dritten, Neville Gallimore. Dahinter dann Reggie Robinson aus Tulsa, Tyler Biadasch dahinter in der vierten Runde nach wie vor und Bradley Anai in der fünften Runde. Letzter Pick dann Ben DiNucci aus James Madison, ein Backup-Quarterback. Insgesamt eine sehr, sehr stabile Draft-Klasse. Ich mag Bradley Anai in der fünften Runde, super Pick. Ich mag Tyler Biadasch in der vierten Runde. Reggie Robinson in der vierten ist auch cool. Ist nicht so cool wie die anderen beiden, die ich gerade genannt habe, aber ist stark. Insgesamt mein Lieblings-Pick aus der Draft-Klasse ist tatsächlich Neville Gallimore in der dritten Runde. Einfach wegen Value. Ich denke, er könnte direkt starten, wird er nicht müssen höchstwahrscheinlich bei den Cowboys, die aber leicht eine Inside-Run-Schwäche hatten. Nicht unbedingt die Stärke von Neville Gallimore. Also du holst ihn nicht ins Team, um nur den Run zu verteidigen, Entschuldigung, oder primär den Run zu verteidigen. Aber er kann sich in die Richtung entwickeln. Und wie gesagt, einfach mehr Rotations-D-Lineman ist eine definitiv kluge Idee. Und wenn du Neville Gallimore in der dritten Runde kriegen kannst, auch nicht wirklich Anfang der dritten Runde, dann ist es schon ein extrem starker Pick. Der Pick, den ich am wenigsten mag, wird kontrovers sein mal wieder. Es ist CeeDee Lamb. Ich werde jetzt nicht unbedingt nochmal auf meine Logik eingehen, beziehungsweise nur sehr oberflächig, weil ich das schon häufig gemacht habe. Und mein Problem ist immer, wenn ich versuche, meine Logik darzustellen, und es dann Kommentare gibt, die einfach null darauf eingehen, wo ich dann denke, die haben es entweder einfach nicht verstanden, oder die haben gar nicht versucht, das zu verstehen. Das frustriert mich da manchmal ein bisschen. Ich sage es nochmal. Ich gehe lieber in der ersten Runde auf Cornerback und habe einen verhältnismäßig höheren Cornerback, der direkt eine Starting-Position in einer großen, großen Schwäche meines Teams einnehmen kann, als dass ich in der ersten Runde auf einen Wide Receiver gehen kann, wenn mein Wide Receiver-Core schon stark ist. Ich weiß nicht, wo da das große Problem ist, es zu verstehen. Noch dazu ist die Wide Receiver-Class, ja, Cornerback-Class war auch tief, Trayvon Diggs zu kriegen in der zweiten Runde ist stark, aber du hättest auch noch richtig gute Wide Receiver kriegen können in der zweiten Runde und dafür einen nochmal deutlich besseren Cornerback als Trayvon Diggs in der ersten Runde. Deswegen bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. CeeDee Lamb als Spieler an sich bin ich halt, wie gesagt, auch ein bisschen niedriger drauf als viele andere Leute. Der wird schon seine starke Karriere haben und wenn ihr jetzt denkt, er wird wirklich ein Top-3, Top-5 Receiver in der NFL, dann war es das natürlich wert. Das glaube ich einfach nicht unbedingt und deswegen ist es für mich nicht das Allercleverste, was man hätte machen können. Insgesamt ist die Draft-Class aber stark und deswegen ist auch hier wieder der schwächste Pick nicht wirklich extrem schwach. Cowboys kriegen von mir insgesamt eine glatte Eins. Alles klar, wir kommen zum dritten Team in der Draft-Class, zum dritten Team in der Division natürlich, das sind die Giants, könnt ihr logischerweise an der coolen Farbe im Hintergrund sehen. Wir gucken uns die Draft-Class an, Andrew Thomas in der ersten Runde, Xavier McKinney in der zweiten Runde, Matt Pert in der dritten, Darnay Holmes, kleiner Draft-Crush von mir in der vierten Runde, Shane Lemieux in der fünften, Cam Brown in der sechste Runde, Carter Kaffel in der siebten Runde, TJ Branson, Chris Williamson und Tay Crowder alle noch siebte Runde. Tay Crowder, ja, Mr. Irrelevant, also der letzte Pick'em-Draft. Ey, kennt ihr das, wenn man so eine, wie so eine wunde Stelle im Mund hat? Ich stoße da jedes Mal, wenn ich meinen Mund auf und zu mache, mit meinem Weisheitszahn dran. Das tut so unglaublich weh zu reden gerade, es nervt mich maximal, aber Video muss natürlich trotzdem sein, die Quote hält, nicht die Quote, die Streak hält, was auch immer. Insgesamt, Giants Draft-Class gefällt mir gut. Der erste Pick war ein bisschen fraglich, ich hätte lieber Jedrick Wilster gesehen, aber ich bin halt auch echt nicht komfortabel genug, wenn es darum geht, Offensive Linemen zu reviewen und zu analysieren, als dass ich da wirklich extrem viel Wert drauf legen könnte. Das heißt, wenn ich sage, ich hätte lieber Jedrick Wilst gesehen, ist das erstens, weil ich Alabama sehr vertraue und zweitens, weil ich Experten gesehen habe, denen ich vertraue, die gesagt haben, Jedrick Wilst ist der beste Offensive Lineman im Draft. Wenn die Giants jetzt aber denken, es ist Andrew Thomas, letztendlich kann ich da nicht wirklich was gegen sagen, weil ich mich einfach mit Offensive Linemen nicht gut genug auskenne dafür. Noch nicht. Ich arbeite dran auf jeden Fall. Mein Lieblingspick aus der Draft-Class ist Safety. Xavier McKinn in der zweiten Runde, ganz am Anfang, ist ein kleiner Stil, einfach weil niemand wirklich dringend Safety gebraucht hat. In anderen Jahren wäre Xavier McKinn in der Mitte bis Borderline Top 10 erste Runde weggegangen, einfach wenn jemand ein Safety-Need hat. Dadurch, dass es nicht wirklich der Fall war, beziehungsweise einfach dadurch, wie das Board gefallen ist, war er noch da Anfang zweite Runde. Giants haben gesagt, vielen Dank, haben ihn sich geschnappt. Ich denke, Jabril Peppers, Alter, diese Stelle rät mich so oft, Jabril Peppers und Xavier McKinn in können zusammen ein super Safety-Duo sein und es ist ein bisschen schweres Statement, wenn die noch nicht ein Spiel zusammengespielt haben, wenn Xavier McKinn in der Mitte noch kein einziges Spiel in der NFL gemacht hat, aber ich denke, sie hätten das Potenzial dazu, in relativ kurzer Zeit eines der mindestens explosivsten Safety-Duos zu sein, wenn nicht sogar eines der besten Safety-Duos. Ich will jetzt nicht mit dem Legion of Boom Safety-Duo kommen als Vergleich, dafür sind sie auch ein bisschen anders als Spielertypen, aber ich denke, die können gerade diese New School Safeties beide sein und dadurch, dass du bei beiden nie wirklich weißt, was sie machen, dadurch, dass beide überall auf dem Feld sich hinstellen können, erzeugt das eine unglaubliche Variabilität für deine Defense und das ist extrem, extrem, extrem wertvoll. Deswegen ist das mein Lieblings-Pick aus der Draft-Class, ganz abgesehen davon, dass ich Xavier McKinney als Spieler halt einfach sehr, sehr feiere. Der Pick, den ich am wenigsten mag, ist Matt Peppers in der dritten Runde, Top-Offensive-Tackle, ähm, kam aus Yukon, also ist jetzt nicht wirklich jemand, den du irgendwo hinstellst und sagst, okay, du startest und ich fühle mich sicher damit, wie zum Beispiel Andrew Thomas, Jadrick Wills, ähm, die ganzen Top-Offensive-Tackles in der Draft-Class, mir fällt der aus Iowa gerade nicht ein. Ah, das ist so dumm, ich hasse das so sehr. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, wie ich meine, äh, ich sehe ihn förmlich aus dem Pool springen und mir fällt der Name nur nicht ein und bei Matt Peppers ist es ein bisschen so, wir, wir gucken mal, was passiert und er hat Potenzial, definitiv, wenn er da reinwachsen kann in dieses Potenzial, dann ist es ein starker Pick, gucken wir in drei, vier Jahren auf die Draft-Class zurück und sagen, hm, Stil, dass sie den in der dritten Runde noch gekriegt haben, kann aber genauso gut passieren, dass er einfach in Vergessenheit gerät und in drei Jahren nicht mehr in der NFL ist oder irgendwo in einem Practice-Squad versauert und das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, ich denke, in der dritten Runde hätte man jemanden holen können, der einem direkter hilft, gerade in so einem verhältnismäßig nicht super Roster, ähm, Wide Receiver vielleicht, da ist ein bisschen Bedarf da, meiner Meinung nach, bei den Giants, den sie ignoriert haben, aber wie gesagt, das ist halt nicht wirklich was Negatives, sondern mehr so ein, ähm, mal gucken, was draus wird, insgesamt mag ich die Draft-Class sehr, Giants kriegen von mir eine Eins-Minus. Jo, das sieht nicht wirklich Burgunder aus, aber egal, das ist, das ist die Redskins-Farbe, das sieht nicht mal am Schrank richtig gut aus, egal, wir haben die Redskins natürlich als letztes Team in der NFC East, mit so einem Namen auch angebracht, dass sie das letzte Team sind, Chase Young, dann dahinter Antonio Gibson, Sadiq Charles, Antonio Gandy-Golden, kleiner Draft-Crush von mir, Keith Ishmael, äh, Kiliki Hudson, oder Kilik Hudson, ich vergesse es immer, ich glaube, ich habe Kiliki gesagt, aber eigentlich heißt er Kilik Hudson, äh, Cameron Kerr, und dann James Smith Williams, was für ein Name, James Smith Williams, klischee-mäßiger geht es ja gar nicht, das ist ein Fake-Name, das ist ein Fake-Name, wenn man irgendwo in ein Hotel eincheckt, um, ihr wisst schon was zu machen, ne, das, das ist eine Frechheit, dass jemand wirklich so heißt, wenn man schon Smith Williams mit Nachnamen heißt, dann nenne ich den mit Vornamen Shadow oder irgendwas, damit da wenigstens irgendwas raussteht, aber das kommt auch von einem Mann, der Kürbis mit Nachnamen heißt, also hey, ähm, wir wissen natürlich alle, was mit Chase Young los ist, und ich habe eben gesagt, dass Antonio Gandy-Golden einer meiner Lieblingspicks ist, in der gesamten Draft-Welt dieses Jahr, beziehungsweise einer meiner Lieblingsspieler, ich glaube, der wird Minuten sammeln, ich glaube, Antonio Gibson aus Memphis, ein Wide Receiver aus der zweiten Runde, den ich vermutlich, in der dritten Runde, Entschuldigung, ganz am Anfang dritte Runde, den ich vermutlich auch zu wenig auf dem Board hatte, mein Fehler, ich denke, die werden beide gut Minuten sammeln können am Anfang, extrem junges Wide Receiver Quartett jetzt, oder Quintett sogar, egal, alle Wide Receiver sind jung bei den Redskins, und die können quasi gucken, ja, wer geht in den Practice Squad, wer geht wirklich in den Roster und so weiter, ich bin mir ziemlich sicher, dass die gute Wide Receiver am Ende auf dem Feld haben werden, dann hängt es wirklich nur noch ein bisschen an der O-Line und an Haskins, mein Lieblings-Pick aus der Draft-Class ist natürlich Chase Young. Erstmal, weil der Spieler unnormal gut ist, hoffentlich auch in der NFL wirklich richtig durchstartet, selbst bei den Redskins, von mir aus soll er selbst da eine gute Karriere haben, ich denke aber, man hätte so viel Müll machen können mit dem Pick, Offensive Tackle draften, Backtraden, Quarterback draften, wäre alles Müll gewesen, deswegen bin ich irgendwie froh für die Redskins-Fans, dass er gedraftet wurde. Ich habe wirklich ein bisschen Problem mit der Organisation, einfach wegen den Namen zum Beispiel, das mag ich nicht, aber wenn man davon, wenn man die ganze Politik mal rausnimmt, das Ganze nur sportlich betrachtet, ist es gut für die Redskins, dass sie Chase Young gedraftet haben, statt irgendwas komisches zu unternehmen. Deswegen mein Lieblings-Pick aus der Draft-Class für die Redskins. Der Pick, den ich am wenigsten mag, ist vierte Runde Sadiq Charles, Offensive Tackle. Dadurch, dass Trent Williams weg ist und die Optionen, die man danach geholt hat auf Tackle, in der Free Agency nicht wirklich Starter sind, in meinen Augen, kann es passieren, dass du Sadiq Charles in diese Starting-Rolle als Tackle drängst. Und das ist nie wirklich eine gute Idee, mit einem Viertrunden-Tackle zu starten, der auch in der Vergangenheit mehrere Spiele verpasst hat, wegen verpassen oder verhauen, wie auch immer, durchgefallenen Drogenchecks. Deswegen bin ich damit echt nicht so zufrieden. Allerdings hat das halt nicht so viel mit dem Pick an sich zu tun, sondern mehr mit den Umständen, die den Pick umgeben. Deswegen war ich mir nicht ganz klar, wie ich das bewerten soll. Auf jeden Fall habe ich Sadiq Charles am Ende als meinen unliebsten Pick genommen aus der Redskins-Draft-Class. Insgesamt bin ich aber ein ziemlicher Fan von der Draft-Class. Die kriegen von mir eine 1-. Alles klar, dann war es das mit dem Video. Nächstes Mal dann AFC South, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017